Was ist denn was? Ich bin raus. Du bringst mir den Scheiß zurück? Nee, ich bin raus, Alter. Du bringst mir den Scheiß zurück? Weißt du, wann du raus bist? Du bist raus, wenn ich dir das sage! Du hörst nicht zu, das ist Spanisch. Ja, cool, Alter, was mach ich jetzt? Spanien. Und wieso sprichst du so gut Deutsch? Ja, verstehst du das? Verstehst du das? Du hast es mir besprochen, du Arschloch! Ja, verstehst du das? Ja, verstehst du das?